Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Titan Quest Immortal Tronite On Single Let's Play. Wir spielen hier ganz alleine. Ja. Ja, ja. Ihn gibt's gar nicht. Ja. Fisch ist die imaginäre Flüge, die hier mitmacht. Das ist nicht Jörg, nein. Und auch kein riesiger Erdgolem. Nein, nein. Das Spiel lag grad wie so eine Hure, alter. Boah, das ist echt nicht sexy. Das war gemein, entschuldige dich sofort bei der Hure. Sorry, Hure. Okay. Ich bin übrigens auch da. Ja? Aber ich spiel nicht mit. Aber er spielt nicht mit, weil er nicht das ganze nochmal machen will. Muss nicht sein. Boah, lag das. Ja, und wir spielen hier wie gesagt ganz allein, weil das ist ja ein Single-Play. Und deshalb hab ich da jetzt auch keinen mehr reingeholt. Ja. Aber das Multiplayer-Let's Play wird wie gewohnt weitergehen. Ja, das Multiplayer-Let's Play wird wie gewohnt weitergehen. Ähm. Ich... Weißt du, ich brauchte nur niemanden im Single-Let's Play, weil das total lustig war, immer alleine rumzuspielen und dauernd zu sterben. Und jetzt hab ich jemanden dabei, der Bock hat mit mir alles zu erkunden und jede Quest zu machen. Hätte Freddy auch gehabt, aber da hatte ich keine Lust drauf. Ich wollte einfach mit ihm ein bisschen zocken. Und jetzt machen wir das so. Ich hab hier zwei Projekte separat laufen, die jetzt gar keine Klicks mehr kriegen, weil der einzige, der klickt, dabei ist. Gute Idee eigentlich, übrigens. Ich guck sie trotzdem. Ja, musst du nicht. Oh, weißt du, was ich hätte machen sollen? Was denn? Mir Tränke kaufen. Oh. Nein. Musst du ein Giftbeutel? Ja. Mein Spiel ist gerade übrigens ein bisschen leiser, weil... Ich hab noch vier mal Inventar. Warte, bleib stehen. Ich hab ja die Gips dagegen gelegt, wenn du die überhaupt nicht gebraucht. Aber mal einen Energydrink hättest du die auch noch, ne? Warte. Ein Energydrink? Ähm. Hab ich aber nicht so viele. Ja, reicht. Ich fand ja auch fünf. Ähm. Ja. Und jetzt geht's hier erstmal ab. Wie gesagt, wir werden hier mal alles mitnehmen. Ich wiederhole mich. Was machst du da? Jogilei. Ich muss mal kurz. Jogimaus. Was machst du? Mit Inventar. Ähm. Strukturieren. Ah, okay. Ränke auf 1 und 2, heißt es. Ah, jajaja. Kenn ich, kenn ich. Irgendwie lohnt sich das jetzt nicht mehr. Ich hab dir Gesundheitstränke da liegen lassen. Ich hab noch 29. Ähm. Brauchst du nicht überhaupt nicht warten, ich komm schon hinterher. Jaja. Du nimmst ja auch nicht auf, also ist das nicht so wichtig. Ich kenn mich auch so. Das ist ja auch ein mittenes.. Tja, berufst du dich nicht zu kommen? Ja. Was? Wie gewisse andere Menschen in der Hölle. Sagt das ja alle drecklich. Ich bin aber nichtbar. Wien er wohl meint. Ich weiss. Ich weiß es nicht. Die, 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 die war ein, oder? Diese Fähigkeit ist noch nicht voll ausgebildet. Ja, danke. Ich kann dich ja auch heilen, fällt mir gerade ein. Weißt du zufällig, was als nächste Quest kommt? Oder besser gesagt, als nächste Stadt? Nächste Stadt ist, naja, es gibt ein nächstes Portal. Das ist aber eigentlich so mittig nach der nächsten Höhle. Es ist dieser Satyren-Typi, ne? Panas, glaube ich. Ja genau, Panas. Du hast gerade grüne Sachen aufgehoben, Assi. Noob, Report, OMG. Ich habe eine verzauberte Perle mit 21% Elementarschaden, 8% Energie plus und minus 11% Energiekosten. Ja, das ist was für dich. Du machst ja sowieso Elementarschaden. Doppelt. Wow, das bringt 3. Brauchst du eine Halsband mit 8 Geschickigkeit? Wahrscheinlich nicht. Nein, ich habe eins mit 8 Stärke. Okay. So, ab in die Panas zu holen und Brunnen aktivieren. Und sofort mal ein paar Viecher klatschen. Ein paar Ratten klatschen wahrscheinlich, wie wir meistens die brauchen. Ja, mache ich gerade schon. Woher? 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 Boah, ich hatte jetzt mit dem Bogen zu holen. Kampfmarkierung an. Danke, dass du das weg lootest. Ja, klar, klar. Ja, klar, klar. Okay, ich kann mich darauf einstellen, ich muss genauso spielen, als wenn ich mit dir spielen würde, Freddy. Wieso? Oh, Kampfmarkierung. Zack weg. Und das was? Oh, Loot. Nein, Loot ist doch nicht so schlimm wie du. Oh. Ja. Er ist was Blaues. Okay, er ist doch so schlimm wie du. Oh, zack, weg. Was Blaues? Udipus-Rüstung. 72 Rüstung. 64% Reduktion der Lebensentzugsdauer. Alter, was Grünes? Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Wir haben jetzt in fünf Minuten vielleicht zwei Grünes und eine Blaue gefunden. Was läuft? Boah, die steht mir aber gut, die Rüstung. Ja? Was hatte deine alte Rüstung? Meine alte hatte 36 Rüstung und die neue 72. Und was hatte die alte noch? Also Plus? Minus 10% Verringung einer Anforderung und 66 Leben. Hättest du die mal für mich bitte? Jo. Weil meine ist recht schlecht. Ich bin irgendwie immer recht schlecht gequipped. Du kannst doch so Blau haben. Aber ich glaube nicht, dass du 163 Stärke hast. Oh, doch habe ich. Okay. Aber danke. Durchschnittlicher Schaden. Warte, wie viel habe ich denn? Äh, 195 Meter. Ich gehe jetzt erstmal auf meinen Steinhammer. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier einen grünen Bogen für dich. Ja, ich habe einen blauen. Gut. Den habe ich vorhin gefunden. Ja, ja. Weh, weh. Du sitzt wie immer nur da und liest AGBs, ne? Mhm. Das war unnötig. Hm? Die Fähigkeit war unnötig. Das war unnötig. Hm? Ich bin ganz unten links. Ich bin ganz unten links. Ich merke es schon. Wenn du da jetzt weiter gehst, bin ich. Ja, ich kann nicht gehen gerade. Schmeckt so durch? Äh, ne. Ich war festgezaubert. Okay. Wir müssen oben auch noch in so eine Gasse rein. Ich habe aber keine Ahnung, wo es weiter geht. Wahrscheinlich da, wo ich weiter... Da wo ich weitergehe, geht es weiter. Ich kann mir eigentlich jetzt mit drin fahren. Mhm. Der tot. Oh. Alter, du hast tausend Leben mehr als ich einfach so. Ne, nicht ganz. Wobei doch. Nichts, Martin. Mach mich weiter. Jo, jo, danke, danke. Mach mal ein Fatal auf. Boah. Ich weiß jetzt wo der Problem war mit den Portalen. Da muss ich noch was aussehen, damit das geht. Mit welchen Portalen denn? In, äh, in meinem Spieler, was, äh, was Dirk sich runtergeladen hat. Ach so, ach so, okay. Ach so, ach so, okay. Wieso zaubern die doch gleich nicht fest? Ja. Schon wieder. Schon wieder grün. Zu dir. Intelligent auf jeden Fall. Ne, Stärke. stärker und leben besser als meine 8 prozent stärker auch noch nett er gibt aber im endeffekt genauso viel mehr und mehr leben ist halt auch nass wir müssen eher geschicklichkeit haben nein geschicklichkeit braucht man eigentlich ab der stufe eins schon nicht mehr kurze information der server wird um 21 uhr und tag von kirche geschrieben danke auf jeden fall ja dann mach ich als server es nur nicht nötig ist ich hab mein tod des dicken schon wieder vergessen nur ein kraft hauptsache jörg nimmt nichts mit geht es hier oben jetzt eigentlich weiter oder wo ist das denn die mission von der dame ja stimmt ok jörg du bist ok die ist ja wirklich der ist ja wirklich nicht mehr mit der kampfmarkierung vor die wirkt schon nicht mehr ohja eichenherz tut mir gut deine kampfmarkierung wirkt schon nicht mehr ich glaube wir müssen gleich noch ein bisschen zurückgehen und den ganzen scheiß mitnehmen ja toll ich hab nicht mal meine egal was denn ich hab nicht mal meine zweite tasche oh mein gott stimmt die kriegt man ja erst äh bald ich sterbe ich sterbe ich sterbe heilung heil heil ja komm her wo bist du denn wo bist du denn danke jetzt bist du weggelaufen ach oh gott oh juck das ich hab grad das mikrofon weggeschlagen moment so der schrein ist schon wieder weggelootet was wars heilung ok jörg red halt nicht mit mir nööööse d Das geht noch. Ich fahre noch. Ach du seh, da wollen wir noch nicht. Merke ich. Ja, so zu zweit ist doch schon eigentlich deutlich leichter. Obwohl ja sogar die Schwierigkeit angehoben ist. Obwohl die Schwierigkeit ja sogar dann angepasst ist. Ja. Ich muss noch mal ganz kurz nach hier unten. Hm, geh mal. Hier sind nämlich noch Gegner. Ja? Ja. Warte. Ich fahre doch. Wahrscheinlich weil du durchs Portal gegangen bist, da ist dann meistens so ein bisschen... Fuggy. War eine Königlichen Truhe hier oben nix drin? Ah, hier ist doch keine Königliche. Wohin kann ich sagen, das war doch keine Königliche, oder? Nee, war klar. Toff war der hier überall schon. Alter, diese kleinen Mutter der Kugel beruht, ey. Ja, die sind mies. Hm. Und freust du dich schon ab morgen endlich wieder... MMM? Ach, nein, 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 nein. Ich gehe weg. Okay, wir müssen nicht mehr MMM aufnehmen, wenn du nicht willst. Sternenreiche Fledermaus. Äh, nein. Äh, das ist nicht so schlimm. Ich komm schon. Wo bist du? Im nächsten Gang. Ich seh's schon. Wow, was ist das denn? Fingzahn. Fangzahn. Huh. Okay, den Monster getötet. Ja, 1247 EP. Nach dem Park müssten wir eventuell einmal kurz nach Megara rein. Wieso? Wieso? Wegen der Tasche. Gibt's hier in Megara? Noch mehr kannst du nicht tragen. Oh, okay, das wusste ich nicht. Ich bin voll. Bist du auch schon voll, oder? Ne, ich hab gar nichts. Stimmt, du hebst ja nichts auf. Rot und blaues. Und grünes. Danke auf jeden Fall. Ähm. Armschienen mit 33 Rüstung. Ich weiß nicht, ob du so gut hast. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, meine Armschienen sind an sich voll beschissen. Ich hab irgendwie immer ziemlich schlechte Rüstung. Wenn ich mir so deine in der Gegend angucke. Ich hab ne 24er. Warte mal, ne 34er hab ich auch. Was hat denn die Plus noch? Nichts vernünftiges Frühschlag, Widerstand Energie und Energie Regeneration. Wieviel? 39 Energie und 9% Energie Regeneration. Dann sind sie besser als meine. Wo? Achso, hab ich recht angelegt. Na ja, die Spinnendinger, die sind ja auch nicht so, weil es so toll. Nein, nicht wirklich, aber immer noch. Der greift doch meinen Dicken an. Warum greift der denn mich an? Greif doch meinen Dicken an, weil dein Dicker gerade gar nicht hier ist. Der weiß nicht, wo der schon wieder hängen war, aber der mag schon wieder rüber gehen. Der kämpft da unten. Der stirbt da unten schon wieder. Stirbt der ernsthaft? So. Viel hat er nicht mehr. Ich seh's leider nicht. Du siehst aber meine Hunde auch nicht, oder? Ne. Das wär auch ein bisschen viel, wahrscheinlich auf der linken Seite. Vor allem bei Freddy und mir. Ich hab zwei Hunde und das Traumding. Ein Traum. Ach, du guckst trotzdem noch? Super cool. Teil. Stimmt, du hast ja so recht sogar kommentiert. Ja? Ja? Okay. Als ich so viel hochgeladen habe, hast du kommentiert. Ja, ja. Oder freiwillig. Äh. Diese Fähigkeit ist noch nicht... Ich guck mir jetzt auch noch lang. Sonst krieg ich ja irgendwie nur noch, ähm, Kommentare von Leuten, die Werbung machen. Ja, genau. Was sich bei mir total lohnt. Ja, klar. So Abo gegen Abo-Leute mag ich gar nicht. Oh nein, Lebenskraftfresser. Nein, nein, nein. Ich glaube hier ist einer mit nem blauen Bogen. Ne? Nein. So anders aus. Ich hasse Lebenskraftfresser. Nein. Ich hab hier nur Rappen. Jörg! Lebenskraftfresser. Ich hasse Lebenskraftfresser. Lebenskraftfresser. Ich brauch was. Ich bin nicht vor Ruhe. Und du erscheint es wird mir schon reichen, aber ich sterb hier. Übrigens genau, deshalb habt ihr mir noch hier unten das Display geholt. Erst war, weil man mit dem reden kann. Zweitens war Jörg das Spielkumpel, das er ausfindig kennt. Und äh, warst du da unten jetzt schon? Ja, da unten war ich schon. Geht's da unten weiter? Nein, nein, jetzt geht's weiter. Gut, gut, gut. Gut. Hier vorne gibt's auch nochmal ne Lücke. Ich warte hier vorne um einen Eingang. Jo, mach das. Hat übrigens Gründe, dass ich die gesamte Karte erkunden will. Die versteht man jetzt vielleicht nicht, wenn ich nicht darüber rede, aber ich rede nicht darüber. War das nicht so, dass das ein ehemaliger Arbeitskollege von dir so wollte? Ja. Dass ich die gesamte Karte erkunde, nicht. Wenn du das schon erkunden hast, ist ja egal. Weil dieser ehemalige Arbeitskollege, ähm, der sieht das ja bei dir. Ja. Ja. Und, dass es ein ehemaliger ist, hab ich noch gar nicht erzählt. Hehehe. Ich bin instant tot. Heißt das, dass du die Karte jetzt nicht erkunden hast? Doch, doch, mach ich. Ach so. Das hat einen anderen Grund, warum ich das jetzt mache. Äh, Jörg, bitte Portal. Ja. Ich glaub, ich bin zum Falschen gereist. Wieso bist du eigentlich gleich tot? Die anderen, die haben mir nix abgezogen. Ich weiß, ich weiß nicht, instant. Zack. Da wir im Orient. Ja, im Orient. Die komischen Pflanzen. Wir kommen da in Zeit tot. Der Part kommt. Morgen? Äh, ja, sagt er. Übermorgen. Ja, der übermorgen stimmt. Ich hab jetzt den Grabstein nicht. Ja, hab ich gerade. Deine Traumwelle hat sich übrigens an deinem Portal festgebackt. Ah ja. Sieht sehr sexy aus, kannst du dann mal ab bei mir sehen. Ja. Ich mach hier schon mal ein paar Kätzchen tot. Jaja. Kätzchen, Kätzchenmenschen. Ähm. Benade. Das war's dann mit diesem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Schaut auch bei Hilgi1990 rein. Ich verlinke ihn in der Videobeschreibung. Er hat keine Videobeschreibung. Ja. Ich verlinke ihn trotzdem in der Videobeschreibung. Und tschüss. Tschüss.